hey leuten willkommen zu der ersten folge bullet force und heute zocken wir einfach mal multiplayer team deathmatch wir haben die map outpost ich muss euch schon mal sagen die map das ist einfach kacke da hat man einfach so wenig platz aber mal schauen was wir hinbekommen ich hoffe dass wir überhaupt einen kill kriegen oder so wir haben hier drei klassen wir können immer die waffen wechseln aber weil ich keine anderen waffen habe habe ich immer nur die gleichen weil ich immer noch auf eine waffe spare wenn mal alpha wir sind team blau team rot liegt vorne mal schauen ob wir was hinkriegen wir können sneaken springen und ziehen ok eingekillt haben wir schon mal bin fast tot, 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 weg 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 sneaken sneaken in die ecke in die ecke 1 nach oben einfach weg einfach weg einfach weg und den gegner besser gesagt unter uns alter ok das war ein teammate ok wir liegen oft wieder ziehen mit zwei kills ok gleich mal richtig laufen wir wissen es ist mein team hinter mir Also jeroische, da war jemand. Aufschrauben von Ränken. Gehört, jeh. Waffe wechseln. okay noch ein kill wie geil nein kommt man schade die waffe voll geil man okay wir haben fünf kürzer vier und halber zeit geschaltet können ja die med bei den anderen ausschalten geil wir würden das bleibt ich hatte einfach diese leute die einfach leiden ist er tot ja okay okay 12 killt perfekt nicht absnipen lassen granate werfen nein 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 okay schade fünf kills schon geil also das ziel für heute schon haben wir schon mal geschafft ist noch gewinnen am besten wie wie kann er mich immer treffen wir verlieren gleich 115 kill alter wurde er abgeschaut alter wer gesniped wie 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 kann er mich treffen das geht doch gar nicht okay das ist nun drauf wie jetzt komme ich von links wie macht ihr das der hex an oder was er kann einfach durch kisten schießen ok map ausgeschaltet ich sehe ihn überhaupt nicht habe ich mich erschreckt ok jetzt einfach alle drauf ok noch einen kill hier von hinten von hinten kommt einer perfekt einfach waschen oh ne 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 die waffe ist kacke ok mal wieder die hinein ok alter die waffe kacke die waffe ist so kacke famous famous ein gekillt perfekt wir schauen die einfach ab oder nach nachladen ok schade schade wir haben verloren schade 8 kills war schon geil auf jeden fall gg schade dass wir direkt in der runde gelandet sind und nicht von neu angefangen haben ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ihr mehr sehen wollt könnt ihr gerne es in die kommentare schreiben ich will eigentlich immer bullet for smith stimme aufnehmen weil es noch spannender ist ich wünsche euch noch einen schönen tag ja und tschau abone ol abone ol Untertitelung des ZDF, 2020